Was pflegen Schlüssel zu tun? Schlüssel schließen Dinge auf. Und was immer dieser Schlüssel aufschließt, dort drinnen ist etwas Wertvolles. Also brechen wir auf und suchen, was immer dieser Schlüssel aufschließt. Nein. Denn ohne diesen Schlüssel können wir nicht aufschließen, was wir nicht haben, das er aufschließt. Also was für einen Sinn würde es machen, das zu finden, was er aufschließt, was wir nicht haben, ohne zuerst den Schlüssel gefunden zu haben, der es aufschließt. Also suchen wir nach dem Schlüssel. Hast du was gegen kleine Abschläger? Er hat mich auch gewundert. Was? Wartet mal, ihr da! Es kostet einen Schilling, mit eurem Boot hier im Hafen anzulegen. Und ich muss euren Namen wissen. Euer Name? Smith. Oder Smitty, wenn ihr wollt. Zu welchem Zweck seid ihr hin? Poor Roy. Ja, und keine Lügen. Na gut, ich gespür. Ich will ein Schiffskapel, eine Mannschaft mit Tortura suchen, stehlen, rauben, plüngern oder anders gesagt, nehmen eine schwarze, heimtütische Seele aufs Reiß. Ich sagte keine Lügen. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Wenn er die Wahrheit gesagt hätte, der hätte es uns nicht gesagt. Es sei denn, wenn wir wissen, dass die Wahrheit nicht glaubt ist, dann ist es eine Sache. Aber der Geistestd mín松 Ich denke sieued.